Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega Umbre, der Consolero mit Sombrero und ich bin sowohl Vollblut-YouTuber als auch leidenschaftlicher Gamer. Mir fehlt nur dieser kleine Kick, um mit meinem YouTube-Kanal so richtig durchstarten zu können. Ich bin sehr vielseitig, kreativ, humorvoll, ich stehe in engem Kontakt mit all meinen Abonnenten und ich habe immer ein Ass im Ärmel. Ich bringe alle Voraussetzungen mit und mit eurer Hilfe will ich Next-Gen-Padawan werden. Also Jim, mach mal ein bisschen Platz auf deinem Affenthron, denn der Consolero mit Sombrero ist auf dem Weg zu dir.